boah nie wieder machen wir nie wieder never again hallo hallo wir sind piranhas und jetzt ist schluss machen wir nicht mehr was steht da ok also kann jeder schlechte erfahrung nein kennt jeder mein gott was schreibe ich denn da von blödsinn und dann pfeffere ich das ding in die ecke nie wieder so darum geht es hier never again wir sind zwei piranhas sind entwickler machen computerspiele und wir beleuchten das verhalten von spielerinnen und uns selber beim entwickeln ja wie wir spiele machen und wie wir den ganzen krempel genau zusammen denken und da gibt es halt auch mal manchmal so sachen wo man sagt das ist jetzt schluss mal keinen bock mehr oder nicht doch schon mal vorgekommen deswegen haben wir weniger zu 100 leute gefragt schlechte games erfahrung gemacht welche art von spiele fasst du nie wieder an und die haben folgendes gesagt ja wenn horror games die drauf aus sind wirklich mit den uhr ängsten zu spielen wo man eben wirklich nur weg laufen kann man kann sich nicht verteidigen man kann wirklich nur weg laufen mann hatte ja doch so hieß das ja ich habe glaube ich eine viertelstunde ausgehalten das war das schlimmste spiel was ich jemals gespielt habe und ich werde es niemals wieder anfassen bei mir ist das zum beispiel bei rennspielen so die die fasse ich irgendwann einfach nicht mehr an das schockierende sind nicht die monster oder von dem man verfolgt wird sondern die ganzen natürlichen einflüsse wie dunkler wald eulengeheule windrauschen durch trockene gehölz und so und man im hintergrund immer so ein atem hat dass man gehetzt wird das sind solche games die tun genau das auslösen bei mir was er eigentlich auch soll die tiefste angst des menschen so eine so verfolgung nicht entrinnen zu können und das ist überhaupt nichts für mich ich hatte zum beispiel das problem bei jetzt fällt mir ein bei hellblade ich habe es dann doch noch mal angefasst und gespielt aber als beispiel kenne ich welche dies nicht weiter gespielt haben weil man bei den rätselmechaniken das so ein bisschen ja blörpi buggy war also man muss man ganz genau das hinhalten und so und das hat irgendwie ewig nicht funktioniert also ich fasse grundsätzlich jedes genre an auch wenn mich ein einer der genre vertreter mal enttäuscht hat aber es gibt spiele wo du relativ schnell merkst das lohnt nicht seine zeit da rein zu verschwenden aber das würde ich jetzt nicht an einem genre festmachen sondern an einzelnen titeln wo du eigentlich schon relativ schnell merkst dass man das relativ lieblos zusammengekloppt hat dies ja leider auch gibt ich würde jedes spiel wieder anfassen weil ich immer noch glaube dass die menschen es besser machen können es gibt natürlich so ein paar harte casual spiele wo ich sage okay dieses spielprinzip zielt nur darauf ab dass ich entweder so viel zeit rein versenke ohne vernünftigen gegenwärtig zu bekommen dass es für mich nicht mehr attraktiv ist oder dass ich einfach noch mehr geld dafür ausgebe um diese zeit abzukürzen das mag ich nicht insofern wenn ich was eher weniger anfassen würde dann sowas ja dann jetzt finde ich ja schwierig da muss man ja einmal differenzieren also sachen die ich nie wieder anpacke weil ich eine schlechte erfahrung gemacht habe oder dinge die ich grundsätzlich sowieso nie angepackt hätte es geht ja nicht darum zu sagen ja und dass da liegt mir sowieso nicht also ach so also gar keine erfahrung zu machen aus vorurteilen vorurteile sind muss man schon mal gemacht haben und muss gesagt das wie beim essen probier doch mal nein das mag ich nicht aber du hast doch noch nicht mal reingebettet merkt die zwiebeln nicht wie mein onkel muss man ihm die rein pürieren und dann ist das trotzdem so ist das lecker ja wir haben auch die zwiebeln püriert damit sie das nicht gemerkt dass das aber schon hart das ist schon ja meine oma gemacht ja 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 aber wenn ich also ich habe auch schon schlechte erfahrungen gemacht mit spielen wo ich dann gesagt habe das spiele ich nie wieder ja was hast du denn zum beispiel gespielt und dieses mikro ist super auch wirklich leid aber fifa ja ach ja ich verstehe das kann man auch mit jenny nicht spielen hat man schon mal beleuchtet ja das ist halt die püppchen zumindest damals war das so 2018 oder so wann wir das gespielt haben so in die ecke mittlerweile haben wir so ein bisschen sind wir ein bisschen fußball verdrossen aus diversen gründen und ist halt irgendwie nicht so und auf unserem zettel und unser bekannten kreis ist auch nicht so fußball mäßig drauf mittlerweile war mal war mal anders ja und dann ist das so dass wir fifa gespielt haben und naja ich mache vf bochum und sie macht fc schalke 04 da war der manuel neuer noch im tor ich weiß nicht ob der 2018 war wahrscheinlich eine alte version gespielt hat diese latenz das büppchen und dann will sie abschlagen und vorher hat sie irgendwie aufs tor gespielt und den und der da dreht sich manuel neuer um und schießt das ding ins eigene tor klatsch das war nicht man ja das war deine freundin genau mein gott das ist doch also wirklich ich habe das gesehen und habe gedacht das wird mir nie passieren mir ist es auch mal passiert das ist total indirekt wenn du da irgendwie der figur sagt was sie machen soll irgendwie sie macht es halt nicht sofort sondern du gibst ihr einen befehl und dann führt die figur den befehl aus und wenn du dann irgendwie zu schnell bist oder anders denkst dass das spiel anders funktioniert dann macht die figur irgendwas und du kommst überhaupt nicht also das ist ganz furchtbar ist überhaupt gar nicht mein spiel und und das macht mich nur wütend alle machen sich dann über mich lustig irgendwie und lachen sich tot irgendwie und ich bin dann verlieren und habe voll die wut das geht gar nicht als ein kompetitives spiel ist macht das schon sinn das ding zu beherrschen ja ich kann es auch nicht aber es ist halt so wenn man gegeneinander spielt wenn man dann doch gewinnen und dann kommt der ehrgeiz und dann funktioniert die kacke nicht und man müsste das eigentlich studieren man muss das wirklich üben und wenn man das drauf hat dann ist man auch das kann man skillen absolut das ist super das hast du auch richtig dieses fußballfeeling und so das spiel ist klasse aber man muss sich damit wirklich rum quälen und ja das ist das ist richtig da gebe ich dir recht nie wieder ähnliches gibt mir so oder ging mir in der vergangenheit häufig so mit rennspielen also vielleicht liegt sie auch an meiner eigenen frustrations toleranz grenze aber wenn so ein rennspiel so gemacht das ist ganz häufig der fall gewesen du hast irgendwie so ein auto das auto ist erst mal so halb gut und dann übst du und übst und übst und dann hast du irgendwann diese diesen diesen zeitpunkt wo du dann so erster bist und denkst du boah total geil ich bin erster mein gott ich habe alle hinter mir gelassen ich habe alle hinter mir gelassen ich sehe das ziel ich sehe das ziel und kurz vorm ziel macht das spiel dann irgendwas komisches zum beispiel irgendwie ruckeln dass dich einer irgendwie schubst irgendwie du landest gegen die wand und alle überholen dich und du bist letzter das heißt du hast drei runden geführt und kurz vor schluss bist du dann letzter da kriege ich auch so die wut ja soul slack spiel ist bei mir genau das gleiche du bist du bist du bist du bist gestorben du bist gestorben you are dead you are dead ist nicht so meins es tut mir auch wirklich leid ich weiß die spiele sind super aber ich mag das nicht ich habe mal viele von diesen spielen mal angefangen und so und ich weiß was es ist ich weiß was es kann spiel start und so ich kenne die ganzen mechanismen habe es aber selber nicht gespielt das muss man auch immer sagen zu gucken und selber spielen sind zwar unterschiedliche dinge dazu mal sagen dass wir in der firma also einige experten haben mittlerweile platiniert haben und rückwärts spielen können mit verbundenen augen und ohne rüstung und weil das so ist ja es ist immer sehr interessant in diskussionen wie unterschiedliche leute sich da durch lavieren die gefährten bestehen nicht nur aus den vier hobbits du brauchst auch ein paar andere experten dabei und ja ist so und deswegen ist das auch gut die mischung macht es am ende des tages gilt auch nicht für alle rennspiele per se also neuerdings wenn man so ein bisschen so eine tugend draus macht aus dieser mechanik macht das auch wieder spaß beispiel ist zum beispiel dieses nintendo mario rennenspiel ja ja da kannst du dann mit absicht die leute abwerfen mit deinen gadgets und so und muss dann auch irgendwie noch andere dinge tun als nur das rennen gewinnen sondern du kannst irgendwie sammeln taktieren irgendwie und dann wen schmeiße ich jetzt mit der bananenschale als erstes aus der bahn und solche geschichten ja und das macht dann auf einmal wieder spaß dann mutiert das reine rennspiel zum party spiel ja und das finde ich dann geht es um andere dinge ja ich spiele momentan mit max ja finde ich toll richtig super spiel und da hast du auch so boss kämpfe drin die so souls like sind du musst halt den spieler den den gegner lesen und muss halt gucken dass du irgendwie da das sind diese boss kampf situation und diese souls like spiele die haben das kultiviert das heißt die haben im grunde genommen viele 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 boss kämpfe hintereinander geschaltet und für mich darf es ein element spielt sein aber es darf nicht das hauptelement des spiels sein sagt lass es mich mal so formulieren und darum ist es für mich so ein so ein so ein so ein ding wo ich sage okay ich verstehe warum spiele das machen naja aber für mich ist ist das eher nicht so obwohl ich auch fallen order spiele also sagen ja also doch irgendwie ja keine ahnung was ich auch nicht vielleicht sollte ich das wirklich mal öfter mal spielen so nie wieder schockierendes erlebnis gibt schockierende erlebnisse warum man sagt nie wieder unbedingt hatten wir schon mal shocking situations oder so haben wir eine sendung gemacht hier aber darüber referiert könnt ihr euch angucken klar wenn irgendwer stirbt wo man sagt jetzt will ich nicht weiter spielen finde ich doof oder wenn irgendwie keine ahnung wenn es zu gruselig ist oder man eine spinnenphobie hat oder ich was weiß ich was ich habe eine so ne würde jetzt nicht dazu führen so schlimm ist es bei mir nicht dass ich aufhört zu spielen wenn wenn mich spinnen angreifen aber ich fand schon ziemlich krasser in skyrim in diese höhlen in vr wo diese fette spinne da ist ja es ziemlich am anfang und so da ist irgend so ein typ da im spinnennetz hilf mir weißt du da sitz stehe ich da mit meinem pferd umbogen denke mir okay aber ich habe es dann trotzdem gemacht geschossen habe ich dann noch geschafft weil die erste spinne geht noch aber dann irgendwann später kommen noch ein paar dungeons hat nicht gereicht als shocking moment oder so ne aber es gibt es gab auch solche dinge auch schon wo ich sag boah das gucke ich mir nicht mehr an hier der lei war so ein beispiel in vorher nee nee nie wieder mache ich nicht ist mir zu krass ihr nicht sie hat gerade pt gespielt mit einer freundin sasu hallo sabrina die haben das gespielt hier und ich habe mir das angeguckt ist ja schon krass es war nur so eine demo gewesen und die dauert auch nicht lang oder so aber es passiert auch gar nicht so viel aber das macht mich fängt so eine atmosphäre sofort ja also für mich wäre das so ne mache ich nicht nie wieder instant ja oder vr phasmophobia da stehst du dann im raum weißt du und wartest dann mit deiner fotokamera dass der geist erscheint also was beklopptes kann ich mir kaum vorstellen es gibt ja auch so ein paar neue derivate was weiß ich es gibt dieses goal ghost exiles inc oder oder ghost expeditions oder keine ahnung und jetzt haben sie so ein ganz neues ich habe vergessen wie es heißt irgendwie diese derivate da haben die die geister gruseliger gemacht das ist vielleicht fies ja also die von phasmoph fand ich ja schon eklig das ist so eine grenze wo ich sage okay das geht aber noch irgendwie und ich weiß ungefähr wann der kommt ich kann den geist einordnen ich kenne die regeln mittlerweile aber bei den anderen spielst du die regeln ja und du stößt dann mitten im raum nee nein es gibt keine regeln das ding doch hatte es also es tötet mich nicht sofort aber es gibt jetzt diese wo du wo du es eben nicht weißt irgendwie und wo die dann wirklich so aussehen also es gibt ja unterschiedliche arten von dingen wovor menschen angst haben es gibt irgendwie wenn du so ein riesiges monster hast irgendwie das über stark ist und ekelig aussieht davor haben manche leute angst bei mir triggert er sowas irgendwie das kleine mädchen mit den langen kurzem hallo das gesicht nicht siehst das triggert mich viel mehr über the ring ja furchtbar also das habe ich viel mehr angst vor auf so was also so ein quatsch eigentlich ne also wenn irgendwie so haare aus der wand kommen dann hast du mich da liegen wenn da irgendwie so ein so ein hulk angelaufen kommt dann denke ich ach komm geht noch ja was ist was ist horror ist horror jetzt genre oder setting meistens beides ein bisschen ja und ja kann man auch sagen nie wieder aber dafür ist es zu interessant jetzt auch ein neues outlast geben ich auch nicht spielen aber angucken werde ich ja setting genre gibt es eigentlich nichts auch strategie spiele spiele ich auch ab und zu mal also sowas wie nie wieder pack nie wieder an würde ich niemals sagen weil es gibt immer irgendwas da in der richtung wo man sagt oder das ist aber aus dem genre das ist interessant dann schlechte peripherie nie wieder competition hatten wir damals hier dieses pro ding competition pro das war so ein joystick den wir damals alle kaputt gebrochen haben oder so weißt du nie wieder joystick ist scheiße das heißt ein spiel mit dem joystick zu spielen auch ein flugsimulator mittlerweile sind die thumbsticks viel cooler so auch so was wie descent oder flugsimulator oder so spiele ich lieber mit dem gamepad als mit dem reaktionszeit ist auch irgendwie mal ein faktor gerade bei so descent spielen oder overload was ja so ein derivat davon ist würde ich nicht mehr machen ich würde nicht mehr mit dem joystick spielen man neigt aber auch immer dazu irgendwie so brutal damit umzugehen also es ging ja eigentlich gar nicht weiter rechts trotzdem hat man den heute versucht immer noch noch mehr nach rechts zu kriegen irgendwie das schon ja das ist so wie wenn man 3d spiel spielt und dann versucht um die ecke zu gucken das kennen wir auch ja schlechte multiplayer erfahrung nie wieder multiplayer kann ich so auch nicht sagen aber counter strike spiele ich nie wieder das weiß ich ja gab ja auch irgendwelche cheater oder so weißt du die irgendwie die knarre im boden hatten sich gedreht haben und dann waren alle tot im level und so aber davon rede ich noch nicht mal sondern ich war einfach zu schlecht ich konnte das eine von dem anderen irgendwann nicht mehr unterscheiden ob einer cheat oder ob er als kill hat oder was konnte eine zeit lang war ich gar nicht so schlecht in dem spiel ja irgendwann dann war ich ständig instant tot ja also habe ich entweder auf den falschen servern gezockt oder ich weiß es nicht also auf jeden fall hatte ich da auch keine lust mehr habe ich aufgehört ja wir sind schon mehr so märchen leute ich merke das schon es gab aber damals unreal tournament das habe ich sehr viel lieber gespielt da konnte man hatte man auch so gadgets wie besonders hoch springen können und solche sachen es war dann nicht ganz so realistisches kriegsszenario sondern eher so ein bisschen mehr flammauk und science fiction ja das das fand ich ganz cool ja ja gut okay aber multiplayer an sich doch wenn es sinn macht vor allem in vr fanden war super wir haben so ein tower defense spiel gespielt hier in so einem laser tag laden super kann ich nur jedem empfehlen das ist wirklich super ja schlechte vr erfahrung hatte ich gerade gesagt hier der lai also wenn es zu gruselig wird finde ich nicht mehr finde ich zu krass das heißt sowas ich weiß nicht wie amadeus es geschafft hat resident evil 7 durchzuspielen auf vr es gibt auch tatsächlich es gibt auch tatsächlich mittlerweile spiele die also so gemacht sind dass dir leichter oder weniger leicht schlecht wird ja 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 da gibt es wirklich große unterschiede es hängt vom spiel ab ja ob das ist gut gut supportet oder nicht oder ob es dafür gemacht ist oder nicht ich habe vorhin nämlich spiele gespielt ja die nicht dafür gemacht fand ich aber trotzdem gut habe mich durchgequält als hat man schon so ein bisschen dieses motion sickness gehabt so aber egal ich habe mich dadurch gequält aber das stimmt das ist wirklich ein großer unterschied super viele gute sachen tatsächlich von half life alex gehört weil dieses spiel einfach genau dafür gemacht ist was es sein soll ich habe es auch gespielt ist super alles was was vr kann also zum beispiel dass du einfach alles anfassen kannst und dass das irgendwie das ist gruselig sein kann dass du irgendwie mit deiner umwelt interagier ist dass der immer daran denkt dass du halt aus deinem eigenen kopf guckst irgendwie kann dieses spiel und das macht das natürlich auch besonders gut unter den feuerspielen absolut ja schlechte convention gibt es eine convention die du nie wieder mit wirst du sagen nie wieder horror convention oder so eigentlich oder schlechte konzerte oder so was du sagst nie wieder ne ne eigentlich nicht auch nicht ne das ist auch so ne war ergänz schon sehr sehr klar gibt es vereinzelte sachen wo du sagst das preis leistungs verhältnis stimmt nicht ja dass das das gibt es schon wo ich sage oder das ist aber eigentlich zu teuer für das was dort geboten wird oder was weiß ich aber so grundsätzlich würde ich das dann auf einzelne dinge festmachen aber nicht das big picture infrage stellen ja also so so geht es mir da ja ich will ich muss wir haben zwischen ein paar arbeitskollegen die würden unwahrscheinlich gerne mal auf die tokyo game show gehen weil die einfach naja was besonderes sein soll diese tokyo game show habe ich mir in vielerlei hinsicht sagen lassen und ich denke so muss ich aber nicht hin warum nicht weil ich nicht neugierig wäre doch neugierig wäre ich schon aber ich habe ich scheue die reise ja das ist nämlich sehr weit weg und wenn ich jetzt müsste würde ich es machen und wahrscheinlich wird es mir dann noch gut gefallen aber da würde ich sagen ach dann lasse ich den anderen noch den vortritt ja so ungefähr würde ich sagen aber wenn wenn sowas erreichbar ist also neugierig genug für irgendwas neues bin ich grundsätzlich immer gut ja never again wir sagen niemals nie würde ich sagen zu gar nichts eigentlich was mit games zu tun hat oder mit settings oder titeln oder sonstwas weil man weiß nicht ab und zu alles hat seine zeit würde ich mal sagen so ok hast du eine community frage bestimmt denkt ihr oder wisst ihr das ist noch easter eggs in hier jetzt in dem fall in den gossip spielen gibt die niemand entdeckt hat ich kann es mir nicht vorstellen ehrlich gesagt also ich glaube wir haben überhaupt gar kein spiel gemacht wo die spieler nicht alles entdecken ja die spieler finden alles die interessante frage ist nur ist es es wert geteilt zu werden oder gepostet zu werden oder mitgeteilt zu werden das heißt also wenn man eine recherche macht ja wenn sich jetzt eine spielerin sich da hinsetzt und sagt irgendwie so ich möchte das gerne mal rausfinden ob ich alle sachen irgendwie durch recherche raus finde da kann es sein dass man da nicht fündig wird dass einige sachen übersehen werden aber trotzdem von den spielern gefunden worden sind nur nicht gemeldet das glaube ich ja so ja das heißt wenn es einer meldet und sagt guck mal ich habe ja was ganz neues gefunden findet sich garantiert immer noch ein der sagt ach das kenne ich doch das ist hier und so ja ja habe ich schon gesehen also glaube ich nicht ja wir waren auch nicht ganz so wahnsinnig wie jetzt hier zum beispiel es gab dieses gta 5 rätsel auf mountain irgendwie wo die dann monatelang sich spaß draus gemacht haben dass irgendwelche leute irgendwie versucht haben diese rätsel zu finden es gibt ein resident evil teil das war resident evil biohazard und für dieses spiel gab es eine demo und in der demo gab es das finger rätsel ohne scheiß guckt euch mal bitte von der gamestar der michi obermayer erzählt hat die lösung an vom finger rätsel von resident evil biohazard und dann lasst uns noch mal treffen und dieselbe frage noch mal beleuchten das ist echt großartig hat schon sechs mal angeguckt ja ihr kriegt alles raus das ist die antwort okay hoffentlich beantwortet dass die frage das tut sie wohl und wir sehen uns nächste woche wieder hier wenn es heißt piranha becken tv macht's gut bis dann man konnte ja mit einer fleischschwanze ja in den alten orc tempel bei gothic 1 rein wuchsteln ja und dann steckte man da fest weil man nicht wieder raus kam oder ist eine ganz schön miese nummer ich glaube das haben wir auch nie wirklich in griff gekriegt weil man mit der fleischschwanze einfach alles machen konnte ja ist auch so ein easter egg vielleicht ist eigentlich so ein satten bug satten litsch not killer ok not killer not killer not killer not killer not mystery not killer